Wie gesagt, wenn wir hier jetzt weiterlaufen, dann müssen wir eine längere Zeit so überleben, ohne alles. Null Häuser. Ja, wir laufen halt. Einfach laufen. Wir müssen jetzt eh Dennis beschützen. Ja, schon klar. Kannst du noch rennen, Dennis? Du wirst denn aber nicht viel. Das kann ich machen. Aber wahrscheinlich auch nicht lange. Go, go, Dennis Ranger. Ist das sein zweiter Name? Ja. Warum ist der so schnell? Das ist sein Nachname. Dennis Ranger. Ah ja. Hast du es nicht gewusst? Ah ah. Cool. Jetzt kennt er Dennis seinen Nachnamen. Ihr alle. Cool. Mr. Ranger? Das funktioniert nicht. Ich glaube, er kennt seinen eigenen Namen nicht. Du musst ihn mit Sir ansprechen. Sir Ranger? Sir? Ja. Hören Sie mir da. Was gibt es? Ich würde mal so, sagen, noch so in 10, 12 Stunden. Hm. Ich meine, ganz ehrlich. Oder Todesquallen durch Zombiehorden laufen. Realistisch gesehen müsste der Weg ja auch von der einen Stadt in die andere so ewig riesig, also so ewig lang sein. Ja. Ist er ja auch. Dann gibt es auch überhaupt keine Autos. Also Sie können ein ganzes Haus bauen oder kein Auto. Hm. Ich finde halt auch strange, dass keine Autos irgendwo rumstehen. Oh Gott, jetzt sind wir erst bei diesem gelben Strich. Ja. Ich habe doch gesagt, das ist eine ewig lange Strecke jetzt. Oh oh. Hm? Mir ist etwas unwohl. Also ich kann nicht mehr rennen. Wir hätten die Tankstelle säubern sollen. Ja, viel Spaß. Ja, jetzt ist egal. Ich habe euch gesagt, ich warte, wenn ihr wollt, aber... Ja, ich hätte ja eh nichts getroffen. Ja, also. Dann sag nicht, wir hätten das machen sollen, wenn wir es nicht hätten können. Hinter uns sind so viele, ne? Ja. Ja, die werden wir aber auch nicht los. Doch, die werden wir los. Das sind ja nicht mehr alle hinter uns, ja. Und sonst hätten wir jetzt, weiß ich nicht, tausend Zombies am Arsch. Warum ist das schneller als ich? Oh Gott. Schalte einen Gang runter, ja, am Arsch. Genau, Dennis. Schalte doch mal einen Gang runter. Echt, ey. Ich bleibe mal einfach stehen. Hier gibt es nichts zu kaufen. Ganz natürlich Verhalten. Ganz natürlich. Wir könnten einen töten und mit seinen Gedärmen einschmieren. Ja, ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Also, dort hat es funktioniert. Dort? Ja, dort. Soll ich spoilern? Nein. Wobei, es passiert eigentlich in der ersten Folge, also weiß ich nicht, ob Spoiler ist. Nee, erste Folge nicht. Doch. Stimmt, zweite. Doch. Nee, zweite Folge war es. Erst oder zweite. Muss zweite gewesen sein. Weil die erste endet ja, wo er im Panzer feststeckt. Ja, ey. Und für alle, die immer noch nie wissen, worum es geht. Breaking Bad. Nein. Nein. Nicht? Quasi. The Walking Bread. Ja. Ich bin extrem panisch, etwas unwohl, aufgewühlt und leide unter Todesquallen. Wie ist dein Body-Status? Alles perfekt. Meine rechte Hand ist zwar bandagiert, aber sonst, Slide Damage, aber nichts. Aber wenn wir am Ende der Straße sind, sind wir quasi auch schon in der Stadt. Wir sollten dann direkt in Sippy Market. Pizza World. Vielleicht gibt es da. Ist mir egal, Hauptsache. Ja. Hauptsache ein ruhiger Ort, wo ich sterben kann. Ja, wir suchen dir einen schönen Hinterhof, wo wir dich dann verscharen. Wir können auch zu einer Waldhütte. Wir müssen nur jetzt rechts hin. Das Doofe ist halt, dass wir den Lebensbalken, also das Maximum schwarz gemacht haben, genau wie den Hintergrund. Das sieht man also nicht, ob das jetzt weniger geworden ist oder ob das jetzt Max ist. Ach, ist das auch noch Max? Ach, geht Max bis wirklich ganz oben? Nee, nee, nicht bis ganz oben. Aber irgendwo ist halt da eine Grenze. Aber die sieht man nicht. Tja. Entwickeln sie an dem Ding überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Also das Update, was wir gerade spielen, ist von Mai. Oi. Ja. Ja, so wie ich das richtig mitbekommen habe, programmiert das quasi einer, oder? Das kann wohl sein aber, ne? Aha. Vorsicht, da kommt eine Dreiergruppe. Ach, ein Dreier. Oh, geil. Ich fände es, irgendwie fände ich es cool, wenn es hier auch NPCs geben würde, die ich zum Beispiel angreifen oder andere, die mit dir handeln wollen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Oh, nee, 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 nee. Ich auch. Den Schwarzen sieht man in der Nacht so wenig. Hey, das ist aber ziemlich rassistisch. Finde ich nicht. Ist ja die Wahrheit. Rassistisch wär's, wenn ich den beleidigen würde. Ja, aber trotzdem, das ist alles, geht gar nicht. Sowas darf man nicht erwähnen. Ja, jetzt wird das Video gesperrt. Warum rennen wir eigentlich? Ich glaube, ich übergebe mich sonst gleich. Okay. Ich spiele ja nur auf den Arschhorn. Ach so. Ich bin gestresst. Ich kann Skillpunkt in Leichtfüßig über Schleichen vergeben und ich habe keine Ahnung, was die beiden Sachen machen. Ja, steht ja nicht dabei, ist ja toll. Hey, ich kann jetzt besser Landwirtschaften. Ja, das kann man sich ja noch denken, aber bist du bei Leichtfüßigkeit schneller oder? Weil ich habe einen Punkt reingegeben, wenn aber nicht wirklich schneller. Ich glaube, Leichtfüßigkeit, also für mich hört sich das eher so an, wie wenn das was mit deinem Inventar zu tun hätte und Sprinten ist dann für Geschwindigkeit. Ja, aber beim Inventar hat sich nichts geändert. Ja, du bist ja auch gerade voll am Abkotzen. Ja, aber es hat sich ja trotzdem nichts geändert. Ja, wir sind da rechts halten, rechts unten. Oh Gott, sind das viele. Das sind viele fucking Zombies. Ja, einfach nicht rennen. Wo gehen wir jetzt hin? Wir warten, bis eine T-Kreuzung kommt und dann gehen wir nach oben. Und wir versuchen dann halt in den Supermarkt zu kommen. Ja, hier hoch. Ich habe keine Ahnung, ob wir da reinkommen oder so, aber ja. Wir müssen es versuchen. Das ist die einzige Möglichkeit hier. Oh, es sind da viele. Wollen wir gleich noch dunkler, ne? Ja, wir müssen dann eigentlich drinnen sein. Der ist nicht weit von hier. Ja, nur dass hier überall Zombies rumstehen. Da hätten wir lieber die Nacht im Wald verbringen können. Das heißt Leichtfüßigkeit, dass ich leiser bin, wenn ich sprinte. Wofür gibt es dann? Nee. Nee, schleichen ist, wenn ich eben nicht sprinte, dass ich dann noch leiser bin. Hier? Ja, hier links. Hier sind fucking viele Zombies. Hier ist richtig. Scheiße. Fuck. Ja, das heißt, sollen wir die alle umklatschen? Nee, wie denn? Nee. Ja, du halt nicht. Ja, mir auch nicht. Oh Gott. Das haben wir vergessen. Ja, super. Das heißt aber, wenn wir hier noch weiter hochgehen und dann einfach links querfeld ein, dann kommen wir zu Bungalows. Ja, das klingt besser. Hier würde ich dann vielleicht tagsüber hingehen, wenn ich mal nicht so panisch bin. Ja, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hin will dann. Vermutlich. Vielleicht Zombie. Wie sollst du denn so wieder ausschalten? Ja, einfach draufhauen. Ja, einen immer weglocken irgendwie. Ja, dann bist du ja wieder panisch. Dann kannst du ja wieder irgendwie selber mehrere Tage machen. Und dann ist da halt ein Schrott drin. Tja. So ist das Leben in der Apokalypse. Wir könnten hier jetzt nach links, aber da sind Zombies. Ja, hier in der Straße links ist schon ganz okay. Oh Gott, der Zombie schnell läuft. Oh Gott, sind das viele. Oh. Gott. Ähm, wo geht ihr lang? Ich versuch Pilzi zu folgen. Alter! Oh Gott, ich seh nix mehr. Also halt. Okay, ja, einfach hinter mir her. Da sind die Bungalows. Und, äh, unten bleiben. Oben sind Zombies, hier und noch nicht anscheinend. Nehmen wir uns einen. Am besten hier einen aus der Mitte oder so. Den zweiten. Ich seh nix. Äh, da ist ein Zombie bei dir, Pilzi. Wo? Ich seh den nicht. Ja, genau links von dir. Unter dir. Und jetzt kommen die von rechts alle. Oh Gott. Wollen wir mal auf die Straße? Da ist es ein bisschen heller. Ja, vor allem kann man da die Zombies sehen. Ein bisschen. Ja, sollen wir uns hier kurz verteidigen? Also, wir kämpfen die jetzt hier. Ja. Ja. Wir versuchen's. Oh Gott. Da kommen aber schon vier an. Fünf, sechs, sieben. Ach komm. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Ne, das funktioniert so nicht. Ah, du hast einen getötet. Ja. Noch einen. Jawoll. Meinti, Klappspaten. Okay, tot. Hinter dir. Ich kann nicht auf die draufhauen, wenn die am Boden liegen, wenn noch ein nächster kommt. Hab noch einen. Alter, ich treff ja voll dafür, dass ich so schlecht bin. Hab noch einen. Achtung, Pilzi. Ich hau sie um und du machst sie tot. Äh, kann ich nicht. Gute Kombination, Bro. Hab noch einen. Hier ist noch einer. Und dir, Stefan, kommt auch eine andere. Ja, ich seh's, aber. Achtung, Pilzi. Achtung. Ja. Alles kein Thema. Kommt mal zurück auf die Straße, bitte. Dann sehen wir wenigstens mehr. Also rechts ist noch einer. Ja. Ja, die kommt grad. Oh Gott. Ja, da ist noch ein Kriecher. Ja, ein Kro. Passt auf. Hab ihn. Ja, sehr schön. Und hier oben noch. Hab sie. Ja, mit dem Klappspaten kann man die ja mega weit zurückstechen. Aber da ist... Geringfügige Schmerzen. Ich muss mich gleich bandagieren. Also lass mal in irgendein Haus rein. Ja, wir sind da keine Zombies mehr. Ja, geil. Ja, super. Mir ist übel. Achtung, Master of Alarmanlagen. Jetzt hätten die Bungalows Alarmanlagen. Oh. Wenn ich irgendwo dran bin, hat alles Alarmanlagen. Das wäre jetzt unser Tod. Oh, Blatt. Oh, Blatt. Du geiles Fenster. Okay, jetzt kann ich weniger tragen. Jetzt nochmal. Geh rein, mach die Tür auf. Tür ist auf, kommt rein. Okay, Pilzi, Tür zu. Ich guck mal hier. Oh Gott. Hier ist ein Lichtschalter, aber ich kann ihn nicht benutzen. Was soll der Scheiß? Echt? Ah ja, die Dinger. Hm. Ist hier irgendwo... Oh, hier ist... Ich bin hier schlafen, aber... Hier ist ein... Wenn jemand einen verrotteten Korndorf... Da kommt ein Zombie. Zombie, Zombie, Zombie draußen. Wo? Genau, vor der Tür. Ja, geh hin. Okay. Da oben ist noch ein Zombie im Wald. Ich weiß aber nicht, ob du zu uns will. Ja, wohin denn sonst? In den Baum? Hm, Baum. Nee, der rennt halt nach oben. Gut. Hältst du mal kurz Wache? Ich muss nämlich mal kurz mich bandagieren. Dafür hätte ich jetzt eigentlich gerne was zum Zerreißen. Hat jemand noch Bandagen vielleicht? Hier sind, hier sind... Ja, Bandagen habe ich noch genug, aber hier sind auch noch Laken. Ja, egal. Nee, dann nimm erstmal meins. Kannst du das hier in das Vorderste tun? Nicht. Achso, da unten. Ja. Das ist ja wohl. Okay, also so viel Haltbarkeit hat mein Klappspaten nicht mehr. Hey, es ist wieder herr. Yeah. Ich kann die Bandagen nicht benutzen. Aber mein Overall-Body-Status ist auch okay. Aber ich habe trotz der... Ja, also... Ah, nee, ich habe keine Schmerzen mehr. Okay. Puh. Ich habe Hunger. Habe ich noch was zu essen dabei? Ich hatte doch noch Remulare, ja. Essen? Die Hälfte. Ja, ist ja geil. So. Wenn jemand eine Einkaufstasche will, da liegen noch welche. Es ist interessant, dass man jetzt einfach nichts dagegen machen kann. Die Schmerzen werden stärker. Oh Gott. Dem bleibt was. Oh, hinter dir. Ja, komm her. Oh, das ist wieder schön hell. Kriegst du die? Triffst du die? Ja. Ich triffst du mit dem Klappspaten einfach nicht. Ja, genau. Drauf da. Sehr schön. Sollen wir die Häuser hier noch durchgucken? Brack. Übelkeit. Hohe Anstrengung. Ja, ich glaube, Dennis stirbt uns weg. Wo ist das nächste Krankenhaus? Ja, bringt ja nichts. Da haben wir ja auch nichts gefunden. Ich habe ja... Schmerzbecken kann ich ja nicht benutzen. Ich habe die Kirche gefunden. Ja gut, vielleicht hilfst du dann nur zu Gott, Bitch. Das kann aber auch überall machen. Nee, nee, das geht nur in der Kirche. Ja, natürlich. Wozu gibt es in Kirchen? Ja, in der IHP. Sonst wären die ja nützlos. Scheiße, was machen wir mit dir? Jetzt gehe ich auf den maximalen Banken, Digga, bei der Tagestelle. Nee, weiß nicht. Ich bin halt irgendwo tot, ne? Oh Mann. Sollen wir zum Friedhof gehen? Können wir schon mal umgucken. Zum Beispiel hier. Lege einen Behälter. Ah, jetzt kann ich Tabletten einnehmen oder was? Ich nehme einfach mal so viele Tabletten, wie es geht. Ah ja, das reduziert die Schmerzen ein bisschen. Lass uns doch mal Richtung Edenstadt gehen. Also hier einfach noch... Keine Sorge, Dennis, wir beschützen dich. Also will sie, ne, wenn er tot ist, solange sein Körper noch warm ist.